Hi, ich bin der Philipp von Baerpaw und heute möchte ich euch diesen schönen Pentalon Langbogen vorstellen, den Omaha. Viele von euch haben sich in der Pentalon Premium-Reihe noch einen weiteren Bogen neben dem Creed und dem Chapman gewünscht und zwar einen Langbogen, der mindestens 68 Zoll Länge hat. Das haben wir hiermit verwirklicht. Wir haben hier einen langen Bogen mit 68 Zoll Länge, der wirklich auch eine schöne D-Form hat. Der ist nah dran am Hybrid, aber ist noch regekonform dadurch, dass er keinen durchgebogenen Wurfarm hat. Besonders wichtig war uns beim Omaha ein schöner tiefer Locator-Griff, ein schöner abgerundeter Schelf. Greift sich wirklich richtig schön. Zu den verwendeten Hölzern haben wir hier ein Mittelstück Ovancol und die Wurfarme bestehen aus Ahorn. An den Tipps haben wir Mikata, sodass wir auch jedes moderne Seenmaterial schießen können. So, dann wollen wir mal schauen, wie er sich schießt. Ich selber habe einen Auszug von 31 Zoll, also relativ lang. Und ja, schauen wir einfach mal. Ja, also super weich hinten im Auszug. Pfeile kommen gut raus. Ja, cooler Bogen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Produktvorstellung gefallen. Lasst gerne mal eure Meinung da, wie ihr den neuen Bogen findet und ja, freue mich aufs nächste Mal.